Total hart, aber das macht der Reiz zu. H coppopopopopopopopopopopopopopopopoparistik Super! Super! Wenn jetzt so ein Anstand kinst, schön! Ich weiß, das wäre noch sehr passierend gewesen. Das ist nicht anspruchsbar. Super, Vorsicht, da kann ein bisschen weitergehen, Platz machen. Ich weiß nicht, das ist nicht so. 113. Anfeuern, anfeuern, komm. Hopp, 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 hopp. Wir haben zwar schon gesagt, wenn man selbst macht, einen Kuchen. Ach so, jetzt gibt es den Donner, oder? Ein paar Stunden, oder? Ach so, jetzt haben wir das. Ne? Es wird ein ganz spannendes Programm, wie es wirklich so gefällt. Ich hätte gleich angesehen, ich hätte mich rufen müssen. Hört man den nicht mit dem Senf rufen? Nein, aber nicht. Wir haben eine Gummibärle-Wettel wieder. Was ist Gummibärle? Gummibärle-Wettel. Gummibärle-Wettel. Oh, da musst du winkeln. Klaus! Da geht das erste Scholtz-Keschön, was gibt. Schau, hör mal die Flöte! An dem Figuren aufreicht und der geklebt der Zugung. Der Oberarzt wird unschnapp, der fliegt unter Angeläten. Der Oberarzt wird unschnapp, der Oberarzt wird unschnapp. Der Oberarzt wird unschnapp, der Oberarzt wird unschlapp. Hau, seh dich! Das ist die Klaus! So Klaus, am Alter kann es nicht liegen, am Alter kann es nicht liegen. Da raucht es. Hast du ein Rauchzeichen da oder was machen die da? Stellst du es mit, dann gehst du doch um Christian. Dankeschön, der Markus. Jetzt passt es. Du hast gleich keine gesehen. Ein schöner MT. Was ohne Ski ist, ist das das Härteste. Danke. Danke.